Wenn euer Kind oder ihr selber Schürfwunden habt oder eine kleine Schnittverletzung, dann tragt sofort das kaltgepresste Kokosusöl drauf. Es verhindert, dass sich Entzündungen entwickeln und es gibt eine schöne Narbe. Es entsteht keine Narbe, es wird wirklich schön vereint mit der Haut. Unsere Kinder haben immer eine Dose bei sich, so wenn die irgendwie verunfallen oder etwas schneiden, dann wird sofort das Kokosöl drauf getan und die Verletzungen sind wirklich innerhalb von kürzester Zeit wieder weg. Probiert es aus!